Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Runde Star Wars The World Republic und da kommt auch schon die erste Grundschirm. Fein. Wie viel brauch ich eigentlich noch, bis ich meine Eroberungszile erreiche? Oh, hab ich schon nichts erreicht. Ja, ich bin heute irgendwie ziemlich fleißig, also... Aber ich hab heute endlich nach langer Jagd, da bin ich echt stolz drauf. Ey, muss doch nicht reinspringen. Hab ich endlich meinen 16er HC Goldwut bei den Erfolg geholt. Da bin ich wirklich stolz drauf, weil da hab ich wirklich sehr, sehr lange, da hab ich sehr lange gejagt. Da bin ich auch erstmal hier ein bisschen jubelnd durch die Wohnung gelaufen. Naja, worüber man sich heutzutage nicht alles freut. Ich würde meinem Char jetzt die Hand geben, wenn er die so ausgestreckt hat, aber okay. Warum kann er sich immer noch nicht hinsetzen? Ich setze den ganz gerne mal schon hin, aber die Funktion ist irgendwie seit irgendeinem Patch kaputt. Und ich glaube, die wird auch noch mindestens bis Weihnachten 22 kaputt bleiben, wenn die... Ja, jetzt bleibt mal was passiert, aber gut. Okay, that was stupid. That was really, really dumb. Aber auch dafür habe ich ein bisschen was übrig. Aber unsere Welt ist geschützt. Nicht nur durch unser Arsenal. Auch die Kademimanische Garde patrouilliert durch die Straßen, um für unsere Sicherheit zu sorgen. Ja, dieser scheiß Sozialkorrektur-Druck wieder. Und das Schöne ist, es gibt weitere schöne Nachrichten. Hier, Zielgerade. Haha. Dann fange ich auch bald schon an, den aufzuwerten. Muss mal gucken, wo was, wie noch Sinn machen würde. Es gibt keine Aufstände im Geschäftsdruck. Oh, perfekt. Einer hat Hecken, Plündern. Ne, hier brauchst du plündern. Hecken brauchst du gleich drüben. Geben ihm mal die Chance so ein bisschen. Wobei, so viele Ansätze braucht er heute gar nicht. Ich kann hier heute mal richtig geil arbeiten. Da kommt ja wirklich kaum was bei mir an. Bonus-Boss auf. Oh. Das könnte eng werden. Ja, okay, wenn der hier natürlich jetzt den ganzen Raum mitnimmt. Aber wir haben schon ein bisschen was übersprungen. Das ist... Na gut, ich meine, ich brauche den Erfolg auch noch. Von daher habe ich da allgemein nichts gegen. So, keine Sorge, ihr seid alle in guten Händen. Habe ich den Erfolg schon? Schauen wir einfach mal. Slash Points, Cardinimo, Meister. Der Wookie fehlt mir und Garol, der Dunkle. Wie kann es sein, dass ich den Wookie häufiger, äh, den End-Boss häufiger habe als den Wookie? Wookie habe ich 19 und Autol habe ich durch. Okay, muss ich eben so mal fleißiger laufen. Jedenfalls drei Bonus-Bosse fehlen mir noch und dann kann ich auch da langsam checken. Ah, ich soll hier heilen? Kein Problem, machen wir. Ich schreibe einfach ein Plus, damit der das Gefühl hat, es wird wahrgenommen. Das war unnötig, weil ich kriege noch keinen damage hier. Und selbst wenn den fange ich dann einfach ab. Not die Knappze. Die Knappze wird aktiviert. und dann mal die fein das wollte ich den gerade es leisten ich glaube 306 läufe die einer fehler tatsächlich noch der im messer also wenn ihr wirklich im boni wollt dann müssen wir sowieso darum von daher ok damit wird es jetzt für den bonibus natürlich noch enger das ist die frage die ich mir gerade auch stelle reichen dann noch die mobs ich guck jetzt erst mal dass ich das mord untergebracht krieg wer hat noch nicht wer will noch viel angriffskraft ich habe eine idee verstärkt die waffe damit und dann krieg ich für die mehr geld ich meine nämlich dass es manchmal echt sinn machen kann solche sachen auch einfach zu verstärken beziehungsweise wieder zusammen zu setzen und dann da das geld zu ziehen aber gut wenigstens einer nimmt die volle dosis mit sieht auch ganz gut aus dann gehe ich da auch mal lieber in deckung nicht sicher am ende der arme dödl bin der tot am boden liegt die kommt direkt von beiden seiten war die schubsen die runter sehr gut mit gedacht sehr schön nee das wird nicht reichen oder 10 die schweine hier auch diese schweine köpfe weil dann wiederum reicht es in diese kleinen wir warten mal mit solchen these ich weiß es nämlich gerade nicht wie hier die ads in fight gewertet werden weil wenn die nämlich auch noch mit gewertet werden dann wird die ganze sache schon mal wieder etwas knapper weil ich glaube eher nicht oder ist von denen noch keins verreckt auch doch die zählen sauber ok kritt habe ich schon den habe ich schon brauche ich nicht brauche ich nicht brauche ich nicht das könnte eng werden wird das hätten die perfekten kultur welt werden können ruiniert ja 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 da ist er da meldet sich einer die später abendrunde das gestehen den chat habe ich doch gar nicht gelesen ich habe auch vergessen den ausführer schalten naja egal ich hätte mich interessiert das jetzt tut mir leid aber du musst jetzt sterben weil ich das wissen will na gut hätte ja sein können da die ingenieure auch mit zählen mit mit Amen ja ja sie Ganz schweres Wort Ingenieure Wenn du dann als arme Sau In der zweiten oder ersten Klasse aussprechen musst Der Lehrer das von dir will Dann weißt du der Lehrer hasst dich Oder wenn es so random ausgedost wird Wisst ihr das Schicksal hasst euch Ich helfe euch mal dabei So Tut tut Da ich den Giftfall verschossen habe Verstecke ich mich lieber mal ein bisschen So von mir aus können wir jetzt auch wieder Ein bisschen umständlich aber meinetwegen Warum nicht No Gemeinheit Einfach mich hier unten vergessen Woher kommen die ganzen ruhige Eroberungspunkte Was macht der da oben Als weiß ich Ich glaube der hat die ganzen Astrodroiden Und Ingenieure abgeschlachtet Oh guck mal die laufen gleich noch augenlose Na dann wünsche ich euch auch mal viel Spaß Also wenn ihr das seht Sorry dass ich das mit Habe ich einfach verpennt auszumachen Sonst meinte ich es immer aus Aber Hey Nicht auf mich Ich bin hier nur der Heiler Ich bin hier nur der Heiler Es kommt dort hin Au Der war heavy Oh Das variiert Seit wann ist das denn so Ich kenne das nur Dass der das Gewitter dann um Sicht Und sammelt Wer hat das denn auf so nubig gestellt Sehr gut bewegen muss man sich so oder so Aber ich fand das da irgendwie schön Da Da gehört das hin Brauche ich doch mal ein paar neue Das ging in den falschen Drecksack 8% Gesundheit noch Und haut da noch so einen raus Da waren es nur noch zwei Boni Oh und der Lift ist da Ja perfekto So Jetzt muss ich mal gucken Äh Nein Beherrschung mag ich eigentlich nicht Aber Ich werde wohl kaum eine andere Wahl bekommen Na komm Beherrschung ist eigentlich so der Wert von den dreien Die ich nicht mag Aber dadurch dass ich sie jetzt genommen habe Ist glaube ich schon die Wahrscheinlichkeit höher Dass ich demnächst 306er Relikte da liegen habe Kann einer die Armierung noch vertragen Was ist das eine normale Gut Wir haben einen Sieger Scheiße Ich hatte jetzt so ein bisschen auf 306er Habe ich mich wohl verlesen Dann wären die auch schon fit Naja egal Mehr Beherrschung bedeutet mehr Heilung Mehr Heilung ist immer schön Ich überlege gerade soll ich ihm das weg reinigen So ein Teil von mir will das ja schon gerade Ich bin ein Hinarden Beherrschung Hahaha 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 Hmm Hahaha Hahaha Haha Hahaha 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 wydd� получить LAURA beetje Look Moment, da ist doch alles entrohend. So, wir können. Woher verlierst du das Live, Dicker Schien? Ist ein bisschen gemein, dass ich gerade zu dem Dicker Schien sage, weil er sieht aus wie Knocher Bau 4. Aber egal, muss er nicht. Er hat sich diesen Char selbst erstellt. Er wusste, welche Konsequenzen das hat. Und jetzt muss er damit leben. Die republikanische Flotte kann ruhig ein paar Raketen vertragen. Hooray, meine Entscheidung! So, so, finale General Orto. Ich habe im Krieg gekämpft wertloser Abschaum. Glaubt ihr, ich hätte jetzt Angst? So, das mache ich schnell mit dem Bio-Scan. So, euch zwei nehme ich mal. Oh, wir können hierbleiben. Da mache ich Damage. Das war's für heute. Das war's für heute. Das sieht jetzt so ein bisschen geiermäßig aus, gebe ich zu, aber ich nehme es trotzdem mal mit, weil ich es gebrauchen kann. Ja, das war's. Danke nochmal an den Tank für diese, ja dann doch, ziemlich gute Protection. Das hat echt Spaß gemacht, wenn der so einen sauberen Job macht und ja, ansonsten sag ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.